herzlich willkommen leute hier beim kanal zu einem weiteren kanal trailer 2022 und ich hoffe natürlich hatten super guten rutsch ins neue jahr 2022 gehabt ich hatte den auf jeden fall möchte jetzt auch wieder anfangen mit dem skateboarden aber ich muss mich dafür erstmal wieder hinsetzen es ist doch irgendwie viel extremer als ich gedacht habe aber leute ich freue mich auf jeden fall auf das neue jahr 2022 natürlich war das letzte jahr denke ich mal nicht das beste von sollen aber wir müssen natürlich die wichtigen sachen wertschätzen wird sagen leute ich zeige euch paar clips was so alles im jahr 2022 passieren wird mir fehlt direkt der atem ich bin gerade einfach actually nur ein hoch und runter gefahren ist es anstrengend aber ich habe bock einfach mal wieder skaten zu lernen ich hatte mir vor fünf sechs jahren mein skateboard gekauft ist tatsächlich immer noch das hier so richtig alt ist und ich hatte einfach bock wieder damit zu fahren irgendwie ohne das werde ich jetzt auf jeden fall im neuen jahr auch mal wieder was tun es kommen ja blogs auf euch zu also mein plan ist es immer noch einmal pro woche hochzuladen jeden freitag um 14 uhr da wird sich auch erstmal denke ich mal nicht mehr so viel ändern aber vielleicht in der zukunft leute also wir sehen uns dann haut rein und oh man das macht mich fertig die scheiße wirklich ich habe mir ein riesengroßes fett gekauft das ist ja klar ey hallo es ist nie hier hier bin ich mir auch so viel zu verschönen wenn das jetzt in der fliege oh da ist er da ist er lass uns erst noch von der straße gehen bitte vor allem sind wir ich kann mal auf den Fuß gehen weil es ist fett Bis zum nächsten Mal.